Der ABV Sicherheit besteht nur dort, wo Ordnung herrscht. Der Abschnittbevollmächtigte der deutschen Volkswieser nimmt durch seine Tätigkeit Einfluss auf Ordnung und Sicherheit. Er ist der Typ, der im Wohngebiet ob unser Wohl bemüht durch die Zone zieht und mit abgebrücktem Blick nach Dienstvorschrift mit Notizbuch und Stift den Kieps aufmischt. Er ist der Typ, der im Wohngebiet ob unser Wohl bemüht durch die Zone zieht und mit abgebrücktem Blick nach Dienstvorschrift mit Notizblock und Stift den Kieps aufmischt. Der ABV Er ist nicht grad die Art von Mann, die man gut leiden kann eher die Art, die man vermeidet, wenn man es entscheiden kann. Er fühlt sich stark und legt sich gern mit Kleinen an. Allein durch sein Erscheinen verbreitet er ne Heidenangst. Er ist ein Cop und hat im Block die Vollmacht und führt Protokoll darüber, was das Volk macht mit Erfolg. Und weil er das so toll macht, geht man ihm aus dem Weg, bevor er einen Vollquatsch. Er hat ne Schwäche für alles, was man darf und wenn man nicht brav war, wird man hart bestraft. Er untersagt glasklar jede Art von Spaß auf Kosten seiner selbst oder... Ist irgendwas passiert? Weiter machen? Er ist der Typ, der im Wohngebiet und unser Wohlbenüt durch die Zone zieht und mit abgebrücktem Blick nach Dienstvorschrift mit Notizblock und Stift den Kieps aufmischt.